So, das ist jetzt das erste Video von der Schwester, entweder Flora oder Florida, ich weiß es noch nicht. Sie ist um einiges schlanker, weil das gleiche Brustgeschirr sitzt ja sehr, sehr locker und sie ist leider Gottes auch um einiges scheuer. Die andere Schwester ist schon ein bisschen vorwitziger, aber sie wird noch ein bisschen brauchen. Das ist jetzt heute auch ihr erster Ausflug hierher. Mehr wollen wir nicht, sie sind ganz lieb auf alle Fälle, also würden nicht beißen. Ja, 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 ist ja schon gut, Schätzlichen, ist ja gut, Meuschen. Ja, kennt sich gar nicht aus, was das heute für ein Tag ist, so fein. Na komm Schatz, trau dich.